Die Stadtwerke Energie haben 2003 die Klimaschutzstiftung Jena Thüringen gegründet. Das war also ein Zeitpunkt, als Klimaschutz noch gar nicht so im öffentlichen Fokus stand, wie es heute ist. Wir sind bis heute der einzige Stifter, der auch jährlich weiterhin das Stiftungskapital erhöht. Die Klimaschutzstiftung beschäftigt sich vor allem mit Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, also konkret Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeinsparmaßnahmen oder auch die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Klimaschutz geht uns alle an. Als Stiftung setzen wir eigene Projekte um, arbeiten mit Partnern zusammen wie Institutionen, Vereinen, Privatpersonen und fördern Projekte in ganz Thüringen, zum Beispiel Knieschen, Gutes vom Vortag, eine Initiative von Privatpersonen aus Jena, die wir bei der Anschaffung eines Lastenrades mit 1.500 Euro unterstützen konnten. Mit 4.000 Euro haben wir den Verein Safe Nature unterstützt, bei der Anschaffung einer Kunststoffrecyclingmaschine, mit denen Projekttage an Grundschulen durchgeführt werden und der Verein zum Thema Müllvermeidung und Mülltrennung informiert. Ein weiteres Projekt kommt vom Solardorf Kettmannshausen, die schon seit vielen Jahren Experimentiertage ebenfalls an Grundschulen anbieten, zum Thema Ressourcenschonung und erneuerbare Energien und Energieeinsparung. Ein stiftungseigenes Projekt ist unsere jährliche Fachtagung Energieberatung Thüringen, mit der wir Energieexperten zu aktuellen politischen und gesetzlichen Vorgaben informieren und auch zu aktuellen Trends im Bereich Energieeinsparung, vor allem im Gebäudebereich. Für einen wirksamen Klimaschutz brauchen wir die Industrie als Partner. Seit 2007 kooperieren wir deshalb mit der IHK Ostthüringen und unterstützen gemeinsam Unternehmen bei ihren Bemühungen zum Energiesparen und der Nutzung erneuerbarer Energien. Nach vielen spannenden, eigenen und geförderten Projekten ist uns ein Thema besonders wichtig geworden. Der Bildungsbereich im schulischen und vorschulischen Bereich mit spielerischen Projekttagen lassen sich die Jüngsten begeistern für das Thema Klimaschutz und Klimaschutztechnologien. Wir sind uns sicher, es gibt noch viele spannende Ideen zum Klimaschutz, denen wir Starthilfe geben können. Jedes Jahr stellen wir dafür Gelder zur Verfügung pro Projekt maximal 5.000 Euro. Beteiligen können sich Vereine, Institutionen, Kommunen, Unternehmen. Es gibt da keine Einschränkungen. Die eingereichten Projekte sollten realistisch und duplizierbar sein, so wie sich um die Themen Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energien und Ressourcenschonung drehen. Wenn ihr eine innovative Idee zum Klimaschutz habt, bewerbt euch um Fördermittel der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen.